Braucht zwei Schläge? Was? Nicht gedacht. Hier. Hört schon wieder... Ach, die Desert Eagle liegt da jetzt, ne? Kannst du mal ausprobieren. Desert Eagle... Aber die hatte ich schon, die hatte ich schon, die Desert Eagle. Ja, ja, die hatte ich schon, die hatte ich schon, die hatte ich schon. Ja. Soll ich dir damit ein Headshot verpassen? Oder dir? Nee, lieber nicht. Ähm, ja. Ja. Wie gesagt, das, was wir jetzt bräuchten, wäre etwas Medizin und ich brauche eigentlich noch eine vernünftige Waffe. Ja, ich habe auch keine vernünftige Waffe. Ich habe halt eine an Waffen, ne? Ja, deswegen. Also, so viel. Ja, aber, was, weißt du? Wie sollen wir jetzt hier ewig bleiben? Weißt du, was ich meine? Oder wollen wir jetzt einfach noch eine Runde Action Gaming machen? Ja, sonst soll er halt mitkommen. Wo stehen denn sonst immer die Itemboxen? Ne Ahnung. Ja, ich schreibe es auch gerade. Ja, gut, dann schreib. Weil das war eigentlich so eine Frage. Oh, ey, die leuchtet mich an, Alter. Er hat eine Flash, Leute. Boah, ich bin jetzt in seinem Gesicht. Er vertraut dir. Machete, Machete. Daikos Lieblingswaffe. Haha, Flashlight. Ja, da hast du recht, Digga, Alter. Die rettet uns so ein oder andere nachtliche Aufnahmesession. Ich will aber eigentlich nur wissen, wo die Itemboxen sonst immer stehen. Ja, er sagt ja, die sind anscheinend irgendwie random. Und random bedeutet, dass sie nicht immer Tors sind. Boom. Ich kill mal draußen ein paar Zornbelonis. Oh, irgendwie, ja, aber dann haben wir noch weniger Schuss, ne? Shh, shh, shh. Ne, mit der Machete. Boah, er schießt schon wieder, Alter. Ach, er ist schon wieder am Turm, Alter. Du bist das. Komm her. Nein, kein Schuss mehr. Boah, jetzt kommt die aber eine ganz schöne Meute an, Alter. Hier, wo ich stehe. So, aber der. Hier, wo ich stehe. Ach, da sind die immer. In den Zelten, oder was? Ne, hier auch so eine Plastik. Krass, und was ist da so drin? Warte mal, was? Wahrscheinlich die übelsten Waffen, wa? Da denke ich mir mal. Weil, wo müssen die Waffen ja auch herkommen, die er da hat. Klar. Noch zwei andere Stellen. Oder wir gehen jetzt hier noch einmal. Ja, Norad Military Base. Da muss ja irgendwas sein. Das ist nur halt so ein übelster Weg. Das ist ein bisschen bitter. Ach so, in diesen Military Base gibt's das wahrscheinlich immer, oder? Ich denke, ja. Camp Splinter, Norad Military Base, und ja, diese Delta Peak Ranger Station, aber die ist eigentlich nicht so wie hier, Station. Diese Ranger Station ist ja gar nicht so, oh, jetzt hätte ich fast meine letzte Tasse kaputt gemacht, oder? Yes. Seltene Waffen, FN, Scar, Sniper und so. Krass. Weißt du? Deswegen laufen hier immer diese Typen rum. Ja klar, deswegen ist auch immer hier immer... Aber guck mal, er hat ja auch so eine... Oder hat er das extra genommen, diese Military Hosen und so. Er ist ja komplett eingekleidet, weißt du? Stimmt. Ach, du hast auch diese... Dein Modus geht aber mit dem Military. Aber diese Weste, weißt du? Na klar. Ich zeig euch noch die zwei anderen Plätze, wo sie sind. Ja. Ach, in dieser Base zwei andere, oder was? Hier, ja. In Camp Splinter. Oder was? Ja, ich lauf den Typen jetzt hinterher. Lass der uns noch. Ja, ich lauf den noch Frosty Piles. Boah, der braucht echt zwei Schläge mit dem Katana. Ich glaub, das haben die verstärkt. Wir brauchen doch mal mehr, oder mein ich da nur? Nee, mit der Katana war ja auch nur zwei. Hier ist das andere. Boah. Was war das denn? Er hat auf den Boden geschossen, wo das ist. Boah, Alter. Ich hab gedacht, ich schieß mich gerade ab. Da haben wir noch. Und hier. Nice. Oh, ich brauch was zu trinken. Jetzt will ich den einfach nur töten. Ah, egal. Ähm, dann würde ich sagen... We're not a server. Ich mein, wir haben... Ich hab jetzt... Ich hab jetzt einen Zehner und einen Siebener. Und ein bisschen M4, also wir können was reißen. Aber was machen wir jetzt hier? Dürfen wir dich töten? Jetzt kriegen wir so einen Hit ab, Alter. Vielleicht sagt er, okay. Sagt er, oh, Battle, boom, boom, boom. Hohoho. Nee. Ähm. Ja gut. Ja, deswegen, er soll mitkommen. Klaro. Kannst du gerne, aber kennst du so... Ähm, ein Hunderter-Server? Ich... Ja, ich such mal einen aus. Du bleibst drin. Genau. Ja, genau. Deiko sucht ihn aus. Ich lock mich jetzt aus, Leute. Live hier. Live. Boah, aber er geht doch nicht mit so einen krassen Sachen da hin, oder? Es ist ihm doch scheißegal, Alter. Er hat wahrscheinlich ein Char in... Smallville, ein Char in Camp Splinter, eine Nora Military Base. Nee, wir wären ja woanders hingebottet. Es kann sein, dass wir gleich überall woanders sind, ne? Da haben wir Pech gehabt. Aber was will er immer bei seinem Personal Locker? Da ist ja auch nichts... Schnitzer! Na, jedenfalls nicht so viel. Ich glaube, er will gucken, ob ich da alles in Waffen rausgenommen habe. Sorry, Bro, aber das sind nur eine in Waffen, Alter. Die findest du direkt wieder. Hast du echt alles rausgenommen? Das ist egal, er hat... So ein paar Einwandwaffen, ich hab die Lehren da reingetan. Aber die waren ja eh alle nur mit, keine Ahnung, wie wenig Schuss bestückt. Er hat's uns ja sowieso angeboten. Ach, er hat hier Desert Eagle Armored. EU 100PL 001. Stopp. EU 100PL... 100PL aneinander, EU Leerzeichen. Warte. EU Leerzeichen 100PL... Leerzeichen 001. Da sind nämlich grad 81 von 100 down. Das ist so das Krasseste, was es gibt. Ich join das jetzt mal. Und leg mich direkt hin, vielleicht bin ich instant down. Ja, das ist nice. Ja, ich mach jetzt auch mal quit. Wir sind bestimmt noch ein bisschen down. Aber wenn wir uns ins Camp Splinter einloggen, dann weißt du, wo wir wieder rauskommen. Oh, dass ich immer pipi muss, ey. Ich hab's Eiweiß. Ich bin auch so ein Pipi-Monster. Deswegen versuche ich mir grad eins runterzuholen, damit ich nicht pinkeln muss. Machst du mir erst noch ziemlich wieder? Oh, ich sitz hier... Oh, ich sitz hier wieder so herrlich im Dunkeln, Alter. Ich auch leider. Boah. Wo bin ich, Alter? Ja, direkt gegenüber von Camp Splinter, Junge. Ja, also die alte Nummer. Ja, ja, genau. Boah, hier sind doch 100% Leute. Also EU 100... Be careful, full boom boom. Full boom boom. P... äh... 011? Nee. Aber du mach einfach Private Server aushaken, searchen und fertig. Ach ja, Private Server. Das ist ja ein offizieller, wo ich grad um bin. Und dann der erste da, so irgendwie 81. Ja, genau. 001, so. Joins, ja. No ammo. Toll, ich hab auf allen meinen Einhandwaffen jetzt kein ammo, oder was? Wieso? Doch, 11. 11 Schuss hab ich noch. Nee, nee. Ich hoffe, du bist wenigstens gleich in meiner Nähe, Alter. Na klar. Boah, bitte hat der so ein Cheat drin, Alter. Und weißt du, keiner weiß es. Und wir können so sagen, das ist unser Beschützer. Was dumme ist, ich trau mich hier gar nicht lang zu crouchen, Alter. Hier sind doch 100% tausende Leute. Na klar. Das ist ja auch so ein Server, wo sich die Leute mit dem Snipergewehr in den Busch setzen, Alter. Ja, deswegen, ich crouch hier gerade nur lang. Das ist so ein Server, wo wir oben auf dem Berg gucken. Wo wir oben auf dem Berg gucken und sagen, da ist ein Licht, da ist ein Licht. Tod. Eigentlich auch eine legendäre Szene. Boah, jetzt werde ich gerade in Skype angeschrieben. Ich denke mal, das ist er. Bist du schon on? Wie hieß er noch? Ich weiß es gar nicht. Dark Angel oder sowas. Polonia, du bist on. Ich bin da. Ich habe im EU, ich habe im Mannes geschrieben. Tino LP oder sowas, ne? Tino. Boah, ich stehe in dir, Alter. Ja, ich kann es jetzt leider nicht nachgucken. Tino oder Tino, falls du mir gerade einen Skype schreibst. Er steht doch bei mir. Er steht genau bei mir. Achso, ja. Wie heißt er? Moment, Moment. Tino LP einfach. Ne, der doch. Tino LP. Ich finde den hier nicht, Alter. Der ist auf Platz 58. Ja, ja. Boah, er ist ein Thug. Ja, ja, klar. So, ich gehe in den Pipi, Alter. So crouched er, ja. Ja, warte mal. Ich gehe in den Pipi machen. Unterhalt mal die Meute hier. Sonst pisse ich mich echt in die Büchse, Alter. Du böse, ey. Like a Pinkert. Oh, ich dachte, jemand anders hockt sich hier neben uns, Alter. Ja, jetzt müsste er eigentlich nur seine Sniper rausholen und wir gehen auf Camp Splinter los. Mal sehen, was er macht, Alter. Ich frage ihn mal, hat er wohl einen Sniper dabei, Alter? Wieso nicht? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Oh, jetzt muss ich kacken. Super, Alter. Da ist doch ein Spieler. Ey. Das ist ein Zambeloni. Leider nett, Alter. So, jetzt haben wir keinen Fernglas. Jetzt haben wir keinen Fernglas und keine Sniper. Das ist so ein Fernglas, ey. Oh, das war doch eins in dem Locker, wo wir uns nix raus, äh, nehmen durften. Ja, dann lass uns mal Camp Splinter hinkroachen, oder was? Campy. Ja, hinkroachen. Da müssen wir wieder diesen Ekelweg gehen, ne? Oh, ich frage mich, how long can we overstand this? Ja, komm, lass uns. Aber dann über Schrute-Farm, oder was? Oh, jetzt hätte ich ihn fast erschossen, Alter. Wie kann man in Group schreiben, Alter? Clan Global. Vier. Vier. Aber das war links lang, ne? Das ist so ein bisschen ein ekliger Weg. Ne, über Schrute-Farm. Oder über Schrute-Farm. Ja, weil das ist chilliger. Ja, komm, noch los. Da kann man sich so lang backen. Ja, wollen wir rennen jetzt, oder was? Ja, keine Ahnung, ich crouch jetzt bestimmt nicht dahin. Ja, gut, viel Spaß. Konter? Ich hab schon den ersten Schuss, Alter. Ja, wir haben ihn doch dabei, Alter. Er kann's. Klar. Er kann's. Lass mich sehen. Er hat mich erst attackiert von 400 Metern. Schuss. Da geht schon los, Alter. Er legt sich aber auch direkt hin. Na, klar. Ich meine, da mach einer auf Freiwild. Er schießt. Oh, ich wurde abgetroffen, ich wurde getroffen. Ich bin fast down. Wo ist er? Keine Ahnung, ich hab ihn nicht gesehen. Ach, der steht da oben im Turm bei Camp Splinter, oder? Ich hab ihn nicht gesehen. Yes, Alter. Ich hab schon wieder fast diese Assi-Sicht. Jetzt bräuchte ich die Antibiotics, die ich dir gegeben hab. Die sind schon leer. Scheiße, Alter, ja. Oh, er hat sich richtig nice weggecroached. War doch keine Chance, Alter. Ja. Man kann hier nicht mal aufstehen, ohne zu sterben. Und so kann man das Spiel noch nicht spielen. Ich kann doch nicht jetzt hier... ...wegg nicht hin. Ich komm gleich, wo ist er? Ich seh ihn leider nicht. Ich hab keine Ahnung, Alter. Jetzt bin ich hier auf dem Open Field. Da oben, da hinten im Turm sind auf jeden Fall Zombies am Bagen. Ja. Ich dachte schon, das wär er. Ich seh ihn! Er sagt, er seh... Er sagt, er seh ihn. Man soll das ansagen, Alter. Aber bitte nutze ihn nebenab, Alter. Wo ist der Typ denn da hinten? Dann feiere ich diesen Zino-LP-Typ. Was? Wo seid ihr denn? Wir sind hier hinten. Kommt zu uns. Crouch rückwärts. Wir sind in Richtung Shoot-Farm gecroucht. Naja, ich bin hier mitten im Feld. Ich seh euch gar nicht mehr. Oh, dann kommst du von hinten. Der Zino, der... Ach, du ist das! Ach, ich bin bei dir, Alter. Das bin ich. Oh, jetzt hat er schon wieder geschossen. Scheiße. Da vorne ist er. Vielleicht schießt er gerade Zino weg. Oh, nee, Alter. Dann schnapp ich mir die Loot ab und mach quit. Ja, dann müssen wir die Loot sowieso mitnehmen. Sonst wär's ja Quatsch. Ja, klar. Das wär ja kein... Das ist ja auch nichts gegen ihn. Ich bin Dad. Yes. Von? Franz Kittis oder so. Wo ist denn der? Keine Ahnung. Scheiße, Alter. Ich weiß schon, wer der... Ich weiß schon, wer der Nächste ist. Ja, lockt euch aus, Alter. Der weiß doch, wenn ihr jetzt bei mir seid, wisst ihr doch, wo der ist. Nimm so viele Sachen von mir, wie du kannst. Er sagt schon, ich nehm deine Sachen, aber... Er schießt nochmal, Alter. Der hat doch irgendwo auch für seine. Ich seh ihn überhaupt nicht und ich hör auch nicht, wo der Schuss ist. Ich seh auch nichts. Ich seh gar nichts. Hab die M4-Geracken? 20 Sekunden bin ich auch raus. Was soll ich retten? Ja, alles nehmen, was du kannst. Den Backpack. Ganz wichtig, den Backpack. Ja, warte. Der Rest ist eigentlich scheißegal, sonst ist er nur Kacke. Military Rug. Ja, das ist der Wichtigste. Jetzt lock dich bitte einfach raus. Nicht, dass du da jetzt genau da stirbst. Ja, Moment, Moment. Ich will eben ins andere Feld. Ja, Leute, ich bin schon mal raus. Ja, wieder mal abgenutzt. Da war so ein hunderter Server ist auch eine richtig perverse Aufgabe, Alter. Das ist einfach nur pervers. Leute, wie seid uns? Schüssel. Und übrigens in 15 Minuten können wir einen Clan aufmachen. Weil dann hat er 20 Stunden Spielzeit. Schnuccio. Tschüss.